Ja, hallo und moin moin an einem sonnigen Sonntag, wir begrüßen euch, hier am Mikrofon ist der Heiko, dort am Mikrofon ist der Philipp, schönen guten Tag, bei mir scheint übrigens nicht die Sonne, es regnet. Oh, Entschuldigung, ja, der Norden ist schön, ja doch, siehst du, und direkt vergessen, dass bei euch unten ja ein bisschen die Welt untergeht. Das ist richtig, ja. Wir lassen das Thema aus, denn das ist, glaube ich, noch nicht spaßig. Ja, der Norden hat aber Sonne, wir haben nur zwischendurch ein paar Gewitter, darüber wollen wir aber eigentlich gar nicht reden, sondern wir reden heute mal ein bisschen mehr über Themen, die uns beschäftigt haben in der letzten Woche, vor allen Dingen mich irgendwie, und ich habe dir die aufgedrückt, Philipp, und Gewitter, ein Gewitter der Entrüstung hat auch erlebt die Deutsche Bahn vor kurzem mit einem kleinen U-Bahn-Fall. Philipp, wie hast du das mitbekommen, was da in München in der S-Bahn passiert ist? Ich habe das abends dann über Twitter mitbekommen und mir auch direkt dieses Video angeschaut. Ich kann mal schnell grob zusammenfassen, was los war. In der S-Bahn in München hat sich Folgendes zugetragen. Ein chinesisches Au-pair-Mädchen, quasi am ersten Tag in Deutschland, fuhr mit der S-Bahn vom Flughafen nach München rein. Hatte auch eine Fahrkarte, die war allerdings nicht abgestempelt. Wurde natürlich prompt kontrolliert und hatte dann, weil sie eben die Sprache nicht gut verstand, Probleme mit dem Schaffner vor Ort, der dann letztendlich darauf bestand, dass sie mitgeht zur Polizei. Und daraufhin hat sich der Michael Pretorius eingeschaltet, der es zufällig mitbekommen hatte. Und hat sich für sie eingesetzt, hat mit dem Schaffner gesprochen und konnte ihn aber nicht überzeugen, hier ein Auge zuzudrücken. Und dann ist er mit ihr zur Polizei und hat daraufhin, also manche sagen außer Wut, so hat es die Bild-Zeitung danach geschrieben, öffentlich in einem Facebook-Video seine Monatskarte für die S-Bahn verbrannt. Genau. Ja, und das ging dann viral, wie man so schön sagt. Genau, also das war das, wo ich dann das aufgegriffen habe. Also er hat 60 Euro gezahlt, die waren nicht richtig bei der Polizei, sondern sie sind vorher an einem Geldautomaten vorbeigekommen und er hat diese 60 Euro dann gezahlt. Ja, genau, die eigentlich die Kinesin hätte zahlen müssen. Genau. Was daran ihn vor allen Dingen aufgeregt hat an dieser Sache, also unabhängig davon, dass der Schaffner erstmal davon ausgegangen ist, was vielleicht noch verständlich ist, dass sie Deutsch spricht. Dann aber auch, sie konnte halt eigentlich kein Deutsch, nur sehr wenig Englisch. Und er sie halt auf Deutsch angesprochen hat, beziehungsweise auf bayerisch, dann ja auch noch. Okay, vergisslos. Das ist alles vielleicht noch verständlich. Er hat aber ihren Ausweis einbehalten. Und das ist die Geschichte, die dann den Praetorius auch ziemlich aufgeregt hat und es flammt dann über Twitter auch eine Diskussion, denn er hat sich zwischendurch dann per Twitter an die Deutsche Bahn gewandt, an den Personalverkehr, die auch antworten, dass er da hier mal Unterstützung braucht wegen einem Schaffner und so weiter. Die haben sich erst danach gemeldet und er hat dann diesen Post gemacht und die haben diese Diskussion dann, er wollte diese Diskussion öffentlich über Twitter führen und die Deutsche Bahn eher nicht so um ein persönliches Gespräch. Das haben sie dann irgendwann auch geführt und es gab auch eine Entschuldigung von der Deutschen Bahn. Die mussten dann eine Stellungnahme rausbringen. Und ja, das Ding ging halt mehr als nur viral, sondern war wirklich in vielen deutschen Zeitungen drin, teilweise dann auch im BR und auch in internationalen Medien. Das ist schon echt eine ziemliche Nummer. Und dahinter steckt für mich auch so ein bisschen Frage. Wenn man jetzt mal guckt, auf Twitter hat der Michael Pretorius 16.000, nein, er hat 16.000 Tweets schon gemacht und er hat 9.300 Follower. Das ist jetzt nur das, was er bei Twitter hat. Das heißt, potenziell konnten über 9.000 Leute ihn, ja, ihn halt hören oder ihn das lesen. Und das ist natürlich eine Nummer. Er ist nicht mehr als Journalist tätig, er ist hauptsächlich als Lehrer und Medienberater tätig, ist aber in der Medienszene zutiefst verankert und kommt aus dem Journalismus, also ist auch Journalist. Genau, auf dem Radio, glaube ich, Antenne Bayern auch. Ja, genau. Und also der, er ist einfach das, was man wohl heute einen Influencer nennen würde. Genau, ich würde einfach sagen, diese 9.000 Follower, die er hat, sind zum Großteil auch aus der Medienbranche. Und das ist dann zumindest schon mal der, ein wichtiger Faktor dazu, dass eben sowas dann auch richtig rumgeht. Denn wenn ich das jetzt machen würde, das wäre wahrscheinlich ein bisschen Glück mit dabei, ob das dann plötzlich so viral geht. Ja. Aber ja, bei ihm wird es eigentlich schon vorprogrammiert, ja. Genau. Und damit halt, die Frage, die du mir dargestellt hattest, glaube ich, auch über Twitter, richtig? Ja. Ob das denn, ja, für Journalisten okay sei, dass man sich halt so einbringt und quasi Partei ergreift, richtig? Ja, genau. Also das ist das, worüber ich ein bisschen nachgedacht habe. Und wie gesagt, er satt inzwischen auch vor sechs Tagen, hat er dann auf seiner Seite und dann auch entsprechend geteilt, hat gesagt, er hatte ein Telefonat mit der Konzernzentrale der Deutschen Bahn. Die haben ein Gespräch angeboten, die haben sich bei ihm entschuldigt und werden sich auch bei der Reisenden entschuldigen. Und die haben das auch in einer Pressemitteilung gesagt und sie werden einen persönlichen Termin finden, um Vorschläge, die er bekommen hat, die gibt er dann weiter an die Deutsche Bahn, wie sie sich verbessern können. Halt, wie zum Beispiel dieses System, dieses Abstecksystem und so. Fand ich, finde ich ganz interessant. Er sagt auch immer wieder hier, liebe, liebe Journalisten, ich gebe keine Interviews. So. Und er schreibt hier auch, es geht in dieser Geschichte nicht um mich. Alles, was ich zu sagen hatte, habe ich gesagt. Die Lautstärke war so, dass sich die Ansprechpartner der Bahn erreicht hat. Jetzt geht es darum, wie die S-Bahn München aus dem Vorfeld lernt und lernen will. Also er sagt schon deutlich, okay, es ist jetzt hier, ich gebe keine Interviews, nur weil ich bekannt bin. Aber er ist halt Influencer. Und auch wenn er nicht mehr als Journalist tätig ist, weiß ich nicht. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja, aber als Journalist geht es doch auch darum, irgendwas zu verändern, irgendwas zu erreichen. Und das hat er eben jetzt nicht in guter Alter journalistischer Manier, aber halt mit den heutigen Kommunikationsmitteln optimal erreicht. Und wenn am Ende da noch was rausspringt für die Deutsche Bahn, dann hat er ja quasi das Urziel als Journalisten sozusagen erfüllt und erreicht. Ich sehe das weniger kritisch. Zumal er ja sowieso heutzutage sich die Frage noch mehr stellt, wer ist Journalist? Und auch durch die sozialen Medien die Grenze zwischen Privatmensch und öffentlichem Mensch komplett verschwimmt. Ja, ich stimme dir da in Teilen zu. Es gibt ja diesen tollen Satz, ein Journalist macht sich nicht mit nichts gemein und sei es auch etwas Gutes. Ich suche gerade, von wem das ist. Parallel versuche ich mal zu sprechen. Ich glaube nicht. Da. Ja. Ein Journalist, genau, es ist Hans-Joachim Friedrich, der das halt mal gesagt hat. Und die Frage ist halt, ob man diese Aussage des deutschen Journalisten und Moderator der Tagesthemen halt halten soll. Ähm, also es ähnlich halten soll, wie es ja auch in Amerika ist. Ähm, man als Journalist beobachtet man und man beteiligt sich nicht. Ähm, aber natürlich hat er das ja auch gewissermaßen als Privatperson gemacht. Ja, aber... Was bei ihm nicht mehr trennbar ist. So. Ja. Ja, aber allein schon das Konzept hier, ähm, ich mache mich mit nichts zu eigen, ist, ähm, eigentlich, wenn man es genau betrachtet, komplett obsolet, weil es nie funktioniert, weil es, ähm, diese Objektivität nie gibt und auch nie gab und man immer nur so tun kann. Und, ähm, da finde ich halt, ähm, wenn man das ehrlich kommuniziert, auf welcher Seite man auch steht, ähm, oder was man vielleicht auch erreichen möchte, das immer noch tausendmal ehrlicher als wenn man, ähm, ähm, das quasi so pseudoobjektiv schreibt oder berichtet und, ähm, naja, unter dem Deckmantel halt dann von Sachlichkeit doch irgendwie versucht, ähm, irgendwas in eine bestimmte Richtung zu, zu treiben, was man ja automatisch macht. So. Und, ähm, ich finde jetzt auch nicht, dass der, äh, Pretorius da extrem eigennützig war, äh, denn er hat ja dann auch mit der, mit der Bahn kommuniziert und, ähm, so wie es aussieht, scheint man ja jetzt in einem sinnvollen Diskurs geendet zu sein. Ja, 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 dann ist es richtig. Aber, also, es war eine, man muss ja schon sagen, es war eine aktivistische, äh, Tätigkeit, ne? Also, ja, seine, seine Dings zu verbrennen, ähm, und das Ganze öffentlich zu machen, äh, ist ja schon deutlich eine Sache, wo man dann sagen könnte, okay, das hat er gemacht, weil er halt wollte, dass die jetzt auch mal hinhören, so. Klar, aber, äh, anders, dieser Fall, dieser Vorfall, wäre ja anders nie, äh, ans Tageslicht getreten, weil, äh, er hat, er hat, er hat einfach auch kein, kein, äh, Potenzial in der Nachricht zu werden, ja, das passiert wahrscheinlich täglich irgendwo, ja, in irgendwelchen Zügen. Also. Ja, und so, muss ich sagen, ähm, rein mit Objektivität oder als Journalist oder, hätte man das vielleicht gar nicht hinbekommen. Ja, und das stimmt, also, er hätte, naja, er hätte auch die Mündlichkeit gehabt, das einfach nur an einen, äh, an jemanden weitergeben zu können, den BR oder dergleichen. Ja, aber das ist doch keine Nachricht für, für jemanden. Ja, das ist es halt, ne? Also, er hat, ist ja schon richtig, er hat seine Influencer-Position genutzt. Ähm, ähm, ja, vielleicht auch unbewusst, vielleicht sogar. Ne, das glaube ich nicht. Ne, 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 das glaube ich, also, jemanden wie er, der sich mit den Medien auskennt, also, der wirklich ja auch im Werbebereich arbeitet und dergleichen, der, ähm, der, der jedes Jahr auf irgendwelchen großen Konferenzen, ähm, nicht spricht, aber dort auch, ähm, verschiedene Tätigkeiten einnimmt und so, der weiß, wie sowas funktioniert. Also, ne, dem, äh, ich weiß nicht, ob ihm klar war, dass so viele darauf reagieren, äh, aber es war ihm zumindest da, dass darauf reagiert wird, denn wenn du ein solches, äh, Umfeld um dich herum schaffst, dann weißt du ja schon, okay, ich kann jetzt hier gerade 9000 Leute erreichen, nur über Twitter, potenziell. Ja, okay, klar. Ja, es stimmt schon. Ich dachte nur, die Verbrennung irgendwie, dass es so ein Akt der, der, der Wut war. War es gewiss auch. Ja, ja, aber, äh, da zeigt sich halt, dass, ähm, er quasi dem Journalismus in der Beziehung überlegen ist, weißt du? Ja, ja, genau, ja. Wenn man es ganz traditionell abgefrühstückt hätte, das hätte niemand interessiert. Ja, das hätte die Bahn vor allen Dingen nicht tangiert, das ist richtig, ähm, aber dass sie innerhalb von, von zwei Tagen gezwungen waren oder innerhalb von einem Tag gezwungen waren, eine Stellungnahme dazu rauszugeben, das zeigt schon was. Also, es zeigt aber auch inwieweit heutzutage sich die, äh, diese Gatekeeper-Funktion dann natürlich, äh, oder wie du ja auch sagst, dieser, dieser Punkt dessen, ähm, die, die Einflussnahme des Journalismus hin, um, äh, Sachen aufzudecken, ähm, wie sich das verschoben hat. Also, dass eine einzelne Person, äh, inzwischen über das Internet so viel, ähm, in Anführungsstrichen macht, äh, bekommt, um damit dann, ähm, wirklich ein Konzern, ähm, zum Handeln zu bewegen, ist schon, äh, eine völlig neue, äh, nicht völlig neue, aber eine durch das Internet neu entstandene Sache. Also, ja, genau. Und zeigt auch in gewisser Weise das Problem des Journalismus von heute, dass er eben, äh, irgendwie eine neue Position finden muss, ähm, weil heute quasi jeder, ähm, mit Hilfe seiner Follower und mit dem, den Leuten, die solche Videos oder wie auch immer sowas aufschnappen, die Macht hat, sowas zu tun. Und, ähm, das war halt früher, sag ich mal, ziemlich in der Hand der Journalisten, weil die eben nur die Reichweite hatten, über die Zeitung, übers Fernsehen, USW. Okay. Und das hat sich heute komplett verschoben. Ja, genau. Also, Opinion Leader, ähm, um jetzt mal, äh, diese Opinion Leader Theorie, ähm, aus der, ähm, Medienkommunikation, äh, rauszunehmen. Diese Opinion Leader, ähm, Theorie zeigt halt sich umso stärker im Internet. Also, wenn jemand da eine Meinung hat und sie verbreiten kann und er hat genügend Leute hinter sich und, ähm, in dem Fall muss man einfach sagen, äh, der Praetorius hat genügend Leute hinter sich gehabt, ähm, also, äh, ne, das sind Reichweiten, die man teilweise ja, weiß ich nicht, sich manch einer wünscht, ähm, wenn er im Radio so viele Leute hätte oder dann weiß ich nicht. Die, die kriegt man mit, äh, so den klassischen Medien gar nicht hin. Ja. Kannst auch, der kriegt auch die Tagesschau nicht hin, wenn er alles zusammenzählt. Ja, also, müsste man jetzt genauer prüfen, da will ich mich gerade statistisch nicht auf Glatteis bringen. Ey, allein schon die Bild-Zeitung mit ihren paar Millionen. Ja, also, ne, da muss man einfach sagen, das ist eine, eine krasse Nummer und, wenn die dann, äh, mit aufspringen, wobei man sagen muss, die, die, der interessante Punkt war dann wieder der, in dem die Medien das auch aufgegriffen haben, ne? Also, ganz ohne, glaube ich, funktioniert das nicht. Ähm, hätte das jetzt nicht die Süddeutsche, die Bild München, ähm, BR und sowas aufgegriffen, wäre das vielleicht nicht so in dieser Stärke entstanden, denn einen rein digitalen Shitstorm, ähm, hätten die vielleicht noch auffangen können? Ja, weiß ich nicht. Also, vor allem jetzt, ähm, ich weiß, das heißt die Jüngeren, ich sag mal, die, die im Internet unterwegs sind, die mit Twitter und Facebook was anfangen können, ähm, Na, die hatte man eh schon erreicht und, naja, ich glaube, der Rest war nur so oben top. Ja, aber es, äh, war ein, ähm, ja, war auf jeden Fall ein wunderschönes Beispiel für, ähm, diese, ähm, Philipp, hilf mir, Unternehmenskommunikation, wie heißt denn diese Linie, die du hast? Also, ähm, Corporate Apologia? Ja, die dazu am Ende führt. Ja, ähm, weiß ich jetzt nicht, worauf du raus willst? Naja, dieser Punkt, in dem dann, sobald das die Medien irgendwann aufgreifen, dass man es dann so gut wie nicht mehr, äh, einfangen kann. Einfangen kann, ja, ich, der, 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 der Fachbegriff, der fehlt mir jetzt auch. Ja, genau, ähm, haben wir mal gelernt, wir entschuldigen uns offiziell bei unseren Professoren, ähm, Professoren, dass wir das jetzt gerade nicht im Kopf haben, natürlich hätten wir es im Kopf, aber es ist ja auch irgendwie Wochenende, aber war auf jeden Fall ein sehr interessantes Beispiel, wie ein Unternehmen am Ende dann auch, ähm, in sowas, ähm, reinkommt und am Ende dann zu einer, äh, sich entschuldigen muss, äh, Corporate Apologia, äh, also das, äh, einheitliche Entschuldigen, äh, für sowas. Schon, schon sehr interessant, fand ich wirklich gut, äh, vor allen Dingen, weil ich, äh, den, äh, Praetorius, äh, ja, persönlich kennenlernen durfte auf der Republika im letzten Jahr, ähm, und dort auch, äh, damals ja ein Interview mit ihm geführt habe, über die Zukunft des Journalismus so ein bisschen, ähm, und von daher hatte mich das persönlich auch schon auch ein bisschen gefreut, dass, ähm, dass, ähm, dass, ähm, dass, ähm, dass, äh, jemand halt das auch noch schaffen kann, ähm, ja, Einfluss zu geben, aber ich finde es halt immer weiterhin ein bisschen, ein bisschen schwierig, äh, wenn man da rein aus journalistischer Perspektive handelt, so, als zumindest meine, meine Meinung, ähm, da kann man aber gewiss noch trefflich weiter drüber streiten. Ja, das ist korrekt. Ich finde es nämlich nicht so schlimm. Ja. So. We agree to disagree. Äh, right. Um das mal so reinzubringen. Ja, damit, äh, sind wir direkt schön, äh, eingestiegen, ähm, glaube ich, in ein Thema, was, also zumindest viele, äh, von unseren Hörern vielleicht auch mitbekommen haben, äh, weil das echt, das Netz dann auch ein bisschen geflutet hatte, ähm, ähm, haben das jetzt damit auch, glaube ich, ein bisschen genauer erklären können, auch mal, ich finde es halt auch wichtig, darüber mal zu reden, was ist ein Influencer und was bedeutet das überhaupt und warum klappt das bei dieser Person auch? Da möchte ich auch nochmal verweisen auf die Folge, äh, zwölf oder dreizehn. Ich schaue das nochmal nach. Die dreizehn kann es nicht sein, wir hatten keine dreizehn. Ähm, ja, dann die vierzehn. Ähm, äh, wo wir es kurz hatten über, ähm, die Snapchat-Influencer. Ah ja, genau, das müsste die zwölf gewesen sein. Genau, ähm, ich schaue es nochmal nach, schreibe es rein. Ähm, genau. Das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Genau, also dieses Thema, ähm, wird, glaube ich, immer mehr werden. Wir werden das immer mal wieder ein bisschen mitbehandeln, wenn es, äh, irgendwie uns flutet. Ich fand das Thema auf jeden Fall gut und, äh, wollte es deswegen unbedingt mit drin haben. Genauso wie das nächste Thema, ähm, künstliche Intelligenz. Kurz einmal, wie bin ich darauf gekommen in dieser Woche? Ähm, ich habe die aktuelle T3N bekommen, das Magazin, was ich auch im Abo habe. Ich kann das weiterhin total empfehlen, ist super. Das war der Werbeblog, die Überweisung wissen die Herrschaften, wo sie sie hinschicken sollen. Du alte Influencer. Ähm, die, und zwar ist da ein Artikel drin, ähm, wirklich auch ein längerer Artikel, die neuen Kollegen, ähm, künstliche Intelligenz könnte die Arbeitswelt auf den Kopf stellen, doch werden uns Maschinen wirklich bald den Job streitig machen. Ähm, dieses Thema taucht in dieser Form immer wieder auf und dahinter steht natürlich der Gedanke, dass, ähm, Computer immer intelligenter werden. Ähm, und ich habe dieses Thema dann mal gedacht, okay, das, ich habe da immer wieder in letzter Zeit was zu gelesen. Sei es vor einigen Wochen auch von der T3N die, äh, die Info, dass, ähm, jetzt muss ich das einmal aufmachen. Ähm, gleich habe ich es. Ähm, Facebook. Ähm, nee, äh, nee, dass Google, ähm, seine künstliche Intelligenz mit Liebesromanen gefüttert hat. So. Und zwar mit 3000 englischsprachigen Liebesromanen, und zwar erotische Liebesliteratur. Ähm, sowas wie, äh, Jack Up oder Fatal Desire oder sowas. Also, ja, ähm, schon so Groschenroman-mäßig, würde man das in Deutschland wahrscheinlich nennen. Und das Ziel dahinter ist in dem Fall gewesen, dass sie den Satzbau verbessern wollen. Äh, äh, mit, mit diesen Romanen. Ja, und zwar die Begründung ist, ähm, dass die Liebesromane, äh, so steht das hier, äh, bei der T3N, ähm, einfache Sätze vorherrschen bei diesen Liebesromanen und die Inhalte in dem Genre sich einander stark ähneln würden. So. Hm, okay. Dass man quasi, äh, da was über einen leichten Satz bollern kann. Genau. Ja, und die Vokabeln verbessern. Ja, das ist ja lustig. Ja, darüber bin ich letztens über Twitter gestolpert. Ich hab da auch ein, äh, ein Bild gemacht. Das muss ich noch vektorisieren. Dann lade ich das auch mal auf unsere Seite hoch, wie man, wie ich mir das vorstelle, wenn man, äh, die, äh, die KI, die künstliche Intelligenz von Google mit, äh, Liebesromanen füttert. Ähm, ist das denn die gleiche KI, die auch hier diesen Go-Weltmeister besiegt hat? Nein, das ist eine andere KI. Ah, okay. Ähm, die jetzt ist eine, ähm, die jetzt, äh, geht eher darum, ähm, für Smart-Reply-Funktionen des Mail-Client, äh, Inbox und sowas wie automatische Antworten auf eingehende E-Mails. Also es geht eher darum, dass die halt ein bisschen besser sprechen sollen. Grundsätzlich kann man nämlich sagen, dass, und das ist es, es gibt halt nicht eine KI. Also es gibt nicht, ähm, nicht bei Google jetzt nur diese eine KI, die alles kann. Es gibt eh keine künstliche Intelligenz, die alles kann, ähm, sondern für jeden speziellen, oder spezielleren Fall wird eine eigene KI geschaffen, die lernen muss. So, und die, äh, vor knapp drei Monaten von Google, das AlphaGo, äh, also die KI, die den, äh, Go-Spieler besiegt hat, ähm, die ist eine andere KI gewesen, die wurde anders angelernt. Die kann auch nur Go spielen, genau. Ähm, das ist halt relativ spannend, weil solche Spiele, also Go, äh, das Spiel Go, ähm, ist ein chinesisches Spiel, ähm, und dieses ist halt wesentlich komplexer als, ähm, als Schach. Genau, man kann das wohl vergleichen. Aber noch einfachere Regeln, also lustigerweise. Ja, genau, aber man kann das wohl vergleichen, dass, ähm, so hatte ich das gelesen in einem Artikel, dass, äh, während Schach eher sich um eine Schlacht kümmert, ist Go, äh, eine imperiale Schlacht über mehrere Kontinente. Ja, ich, ähm, hast du schon mal Go gespielt? Äh, nö. Ja, das ist eigentlich, man hat eigentlich nur zwei verschiedene Steine, also es gibt weiße und schwarze Steine, und, äh, man muss halt versuchen, die anderen zu umkreisen, sozusagen, ganz grob gesagt. Die Regeln sind an sich nicht schwer, aber die Strategie und die Taktik dahinter extrem, also, wenn man jetzt im Schach irgendwie paar Züge vorausdenkt, alles gut, und da muss man einfach, äh, weiß ich nicht, unendlich weit denken. Ja, beziehungsweise die richtig guten, die richtig guten Spieler spielen wohl intuitiv. Ja, kann auch sein, dass man da irgendwann reinkommt, also soweit war ich beim besten Willen noch nicht, aber. Genau, also irgendwann spielen die intuitiv, und das ist das Spannende bei, bei, ähm, AlphaGo dann auch gewesen, er konnte dann gewissermaßen, Entschuldigung, Intuitivität, ähm, simulieren. So, also er konnte dann, nachdem er, er hat ja, AlphaGo hat ja sozusagen, ähm, zuerst mit anderen Spielern gespielt, wurde auch von einem, äh, professionellen Spieler trainiert, und dann irgendwann ging eigene Version von sich selbst. Um sich damit immer zu verbessern. Ja. Und das ist halt, wenn man dann überlegt, okay, ähm, bitte was? So, also dieser Punkt, wie jetzt das Ding trainiert mit sich selbst. Ja, ähm, da kann ich Weltliteratur empfehlen, die Schachnovelle, ähm, ganz kurzes Buch, da geht's auch um einen Typ, der anfängt im Gefängnis gegen sich selber Schach zu spielen, und er langsam seine Persönlichkeit aufspaltet. Ja. Nur, das hört sich gerade so ähnlich an, ja. Ja, genau, also es ist, äh, sehr krass, und viele, ähm, die so ein bisschen cineastisch drauf sind, wie wir beide, ähm, denken natürlich unter anderem an Skynet, aus Terminator, die künstliche Intelligenz, die dahinter steht, wird auch immer gerne mal rezitiert in, äh, in, in, wenn irgendwie, äh, Zeitungen und Zeitschriften darüber reden. Ähm, und in diesem Artikel von der T3N geht's dann halt auch wieder einmal um die Frage, wenn, dadurch, äh, wird der Roboter und die künstliche Intelligenz, wird das uns Arbeitsplätze wegnehmen, und wird das uns, ähm, wird das uns, äh, werden wir am Ende alle auf der Straße stehen, und dergleichen ist wirklich ein sehr guter Artikel, wird gewiss demnächst auch, ähm, online verfügbar sein, nach einiger Zeit sind die das ja immer, ähm, und bevor wir jetzt, weitermachen, würde ich erstmal kurz erklären wollen, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Ich beginne mit Absicht mit künstlicher Intelligenz und nicht mit der Frage, die du im Voraus ja schon mal, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, äh, gestellt hast, was ist überhaupt Intelligenz? Ähm, die Definition habe ich, ich habe extra ein Buch gekauft, ja, man merkt an, ich lese jetzt nicht nur ganz viele Magazine, sondern ich lese auch Bücher, Mhm, gut so. Wobei ich dann beim Kauf gemerkt habe, ähm, dass das ein Buch für Ingenieure ist. Das, da kann der Master of Arts nicht so viele mit anfangen. Ja, naja, ne, man darf ja nicht vergessen, dass ich zumindest zu, wenn auch völlig umsonst, zumindest zu einem Viertel, ähm, auch, äh, Informatik studiert habe. Ja, stimmt. Das ist sogar fast zur Hälfte. Also, Dinge, die dort drin sind, kann ich verstehen und auch so ein paar Grundsätze, äh, Sachen kann ich verstehen. Also, dieses Buch, äh, von Lämmel, Uwe Lämmel und Jürgen Kleve, heißt Künstliche Intelligenz, in der vierten Auflage, im Hansa-Verlag erschienen, äh, 2012. Ist also, ähm, nicht mehr das Neueste, das ist in diesem Fall aber eigentlich gar nicht schlimm. Und das Zitat lautet, die Definition Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist Teilgebiet der Informatik, welches versucht, menschliche Vorgehensweise der Problemlösungen auf Computern nachzubilden, um auf diesem Wege neue oder effizientere Aufgabenlösungen zu erreichen. Das ist erstmal eine Definition. So, also, was versucht Künstliche Intelligenz? Sie versucht, menschliche Intelligenz darzustellen. So, und das als eigenes Gebiet der Informatik. Ähm, wenn wir jetzt von Intelligenz reden, reden wir, und auch das, äh, dann in diesem Fall aus einem anderen Bereich, reden wir über, äh, die Fähigkeit, ähm, die Fähigkeit schnell und, äh, so schnell wie möglich, Informationen, Eindrücke und Reize verarbeiten zu können. Habe ich jetzt einfach mal rausgenommen aus Neuronation.de. Der Link ist in den Shownotes. Ähm, hier steht dann weiter, dabei wird die Intelligenz nicht als eine feste Einheit, sondern als eine Variable und demnach als Prozess gesehen. Wie verarbeitet das Gehirn alle Informationen, die auf uns einströmen und wie gut funktioniert die kognitive Fähigkeit. So, das ist erstmal das, worum es, worum es grundsätzlich geht. Und dann ist viel davon, ohne Witz, erstmal in dem einfachen System Mathematik. Das war dann der Buch, äh, der Teil im Buch, wo ich am liebsten überblättert hätte. Das Problem wäre, dann wäre ich am Ende des Buches gewesen. Hm. Ähm, denn das sind im Grunde genommen alles Operatoren. Also, ähm, sowas wie, ein schönes Beispiel hier, äh, hier drin ist, Moment, in diesem Buch, gleich habe ich es, ähm, die haben hier sogenannte Knobelaufgaben drin, ähm, mit denen dann herausgefunden, werden kann, ob das Ganze funktioniert hier. Ähm, in einer Firma arbeiten drei Freunde, ein C++-Programmierer, man merkt, von wem das Buch geschrieben ist, ein Java-Programmierer und ein Pascal-Programmierer. Ihr Name sind Otto, Paul und Heinz. Der C++-Programmierer hat keine Geschwister, in Klammern A. Er ist der jüngste der Freunde, in Klammern B. Heinz, der mit der Schwester von Otto verheiratet ist, C. Ist älter als der Java-Programmierer, D. Wer programmiert in welcher Sprache? So, und dann wird halt am Ende mit verschiedenen Operationen, ist gleich, ist nicht gleich und, oder, ähm, kann dann halt sozusagen dieses Wissen aufbearbeitet werden. Und das ist sozusagen alles logischer Aufbau. Das ist das, was normale künstliche Intelligenz heutzutage ohne Probleme schafft. So, sie macht also nichts anderes außer, ähm, Mathematik. Nur wesentlich schneller als wir. Ja. So. Und das ist erstmal, das, also das, was man auch dann später kennt, das ist halt noch nicht so hohe künstliche Intelligenz, äh, aber, ähm, wenn dann Klauseln. Ist auch erstmal grundsätzlich eine Form von künstlicher Intelligenz. Das ist aber noch nicht diese hohe künstliche Intelligenz. Bis vor einigen Jahren sagte man dann auch, oh, die Sprachverarbeitung von einem, äh, von einem Computer, das heißt, ich spreche etwas und er nimmt es auf. Das ist schon eine Revolution in der künstlichen Intelligenz. Heutzutage ist es ja Normalität. Also quasi eine Einfach-Diktiv-Funktion. Genau. Ja, okay. Eine Navigation, ein Navigationssystem ist grundsätzlich auch erstmal künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, was ist jetzt das Besondere an, an solchen Systemen, wo wir denken, wo wir ja heutzutage denken, krass, ähm, wie macht dieser Computer das? Also wie kann ein Computer in Jeopardy gewinnen? Darüber hatten wir ja vor einem Jahr schon mal gesprochen. Bei Watson. Ähm, oder wie kann ein Computer kochen? So, äh, oder vielmehr jemandem sagen, dass er kochen kann. Das sind dann nachher sogenannte, äh, kognitive Systeme. So, die also damit arbeiten können, Dinge ähnlich zu bearbeiten, wie wir Menschen denken. Also ein komplexes System aufbereiten können mit Denken nicht nur im Ja-Nein, A, B, sondern was ist, wenn A oder B unwahrscheinlich wird? Oder gar nicht zu Ende gedacht ist. Oder solche Sachen wie Größe kann man ja nicht so einfach bearbeiten. Ähm, teilweise ziemlich schwierig, da irgendwie, äh, reinzukommen. Deswegen habe ich, ähm, gestern, äh, am Freitag ein Interview geführt mit, äh, dem Dr. Hildesheim, äh, von IBM Watson Europe. Er ist der Vertriebsleiter von IBM Watson Europe. Ähm, und habe mit dem ein kurzes Interview, äh, geführt. Und ich würde mal sagen, das, äh, hören wir uns dann jetzt einmal kurz an. Ja, Herr Hildesheim, Watson hat vor einiger Zeit einiges geschafft. Unter anderem gewann er beim Jeopardy gegen Menschen. Wie genau schafft die künstliche Intelligenz das? Ja, Herr van Dittvoort, das ist eine sehr gute Frage. Wir leben ja in einem sehr spannenden Zeitalter, wo die Maschinen, wo gerade natürlich auch die Software immer intelligenter wird. Und, äh, vor allen Dingen in zwei Bereichen wird die Software wesentlich intelligenter. Das ist der Umgang mit Sprache und die lernt. Der Umgang mit Sprache, das bedeutet, dass die Software tatsächlich immer besser den Inhalt der Worte versteht und insofern dann auch nachdenken kann von den verschiedenen Entscheidungen an den Menschen, zum Beispiel Ärzte oder Manager oder Mitarbeiter in der Wirtschaft unterstützt, Entscheidungen zu treffen. Und sie lernt, das ist natürlich noch aufregendere Fähigkeit, weil sie damit immer besser wird und nie so schlecht ist wie am ersten Tag und dann mit der Zeit immer wieder ein bisschen anhäuft und besser wird. Also der Umgang mit Sprache und das Lernen ist toll. Und genau das hat man ja in der Spielsendung Jeopardy. Ich empfehle den Zuhörern auch mal auf YouTube zu gehen, unter Jeopardy, Watson Jeopardy zu schauen. Die beliebteste amerikanische Rätsel-Sendung mit offenen Fragen, nicht mit vier vorgegebenen, eben wie bei der deutschen Sendung, wer wird Millionär, sondern offene, komplizierte Fragen beantwortet Watson eben schneller und genauer als die beiden Allzeit-Champions, die sehr überrascht gucken. Nun ist das ein schöner Erfolg, über den sich IBM sicherlich gefreut hat, aber ja nicht das Hauptziel, zukünftig alle Spiele zu gewinnen. Was genau ist das Ziel? Erstmal, wenn Sie sich die Geschichte der Artificial Intelligence angucken, ist dies auch immer eine Geschichte der gewonnenen Spiele. Also die Menschen und die Wissenschaftler waren immer stolz, wenn sie das erste Dame-Spiel programmiert hatten. Und dann gerade IBM hat auch eine gewisse Tradition, hat Big Blue mal gebaut, also den ersten Computer, der den Schachweltmeister besiegt hat, beziehungsweise Sie haben auch den Algorithmus Big Mind vor einigen Wochen in den Zeitungen bewundern dürfen, der eben Go spielt. Also insofern ist schon immer die komplizierten Spiele mit Maschinen zu gewinnen immer auch ein Wettbewerb und was ganz aufregend ist für die Menschheit insgesamt. Aber Sie haben natürlich recht, das ist nicht das alleinige Ziel der IBM. Die IBM möchte mit diesen Techniken natürlich nun die verschiedenen Bereiche des menschlichen Zusammenlebens verbessern. Und jeder versteht sofort, wenn eine Maschine solche Fragen beantworten kann, dann kann sie dies natürlich auch tun in Dienstleistungen, wie zum Beispiel bei Telekommunikationsunternehmen, wenn man nach der Telefonnummer fragt oder bei anderen Luftfahrtgesellschaften oder Call- und Service-Centern, wo man oft frustriert, lange warten muss und dann tippt man den falschen Mitarbeiter, muss nochmal wieder verbunden werden, ist noch mehr frustriert. Und da ist es natürlich toll, wenn ein persönlicher, charmanter, intelligenter Watson-Advisor einem die Antwort kurz und knapp gibt. Und dafür bauen wir das, um diese Abläufe schneller und besser zu machen. Es werden auch neue Dienstleistungen dadurch geschaffen. Und da sind wir am Anfang einer langen Reise. Und in den nächsten Jahren werden gerade die Studenten, die heute an der Uni sind, die Möglichkeit haben, hier unwahrscheinlich tolle neue Services, Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und wie kreativ wird das? Auch für diejenigen, die sozusagen auf diesen Zug aufspringen wollen und diese Reise mitmachen wollen. Wie viel Kreativität brauchen die? Oder wie kreativ wird das? Ja, erstmal wird sich die Art, wie wir arbeiten, massiv verändern. Und deshalb sprechen wir und die Wissenschaftler von einem neuen Zeitalter, was anspricht, das kognitive Zeitalter. Und wie jeder bei technischer Revolution ändern sich natürlich auch die Berufe. Vor tausend Jahren wären zum Beispiel Sie und ich, wir wären Bauern gewesen und hätten mit unseren Händen gearbeitet und auch die Zuhörer natürlich. Und dann durch den Buchdruck hatten wir alle die Möglichkeit, lesen und schreiben zu lernen. Und die ganzen Berufe haben sich dann geändert. Dann gab es plötzlich Lehrer und andere Berufsgruppen, wo das Lesen und Schreiben besonders wichtig war. Und so wird das durch die Erfindung der kognitiven Computer auch sein, dass neue Berufsgruppen entstehen, wie zum Beispiel den Computerlinguisten oder den Computertrainer, die eben den Computern diese Dinge beibringen. Und das ist eine große Chance für Schüler und Studenten, hier eben in attraktive Jobs zu kommen, mit denen man wachsen kann und sich entwickeln kann, viel Geld verdienen, Spaß haben kann. Und das, um auf den zweiten Teil Ihrer Frage zurückzukommen, die Kreativität. Auch die Kreativität im Bereich ist sehr groß. Das hängt damit zusammen, dass diese Software ja lernen kann, wie ich am Anfang sagte. Und wir als Menschheit müssen uns jetzt entscheiden, in welchem Bereich die Software nun lernen soll. Und da braucht man viel Kreativität. Eine abschließende Frage. Verstehen künstliche Intelligenzen eigentlich Humor? Oder kann man ihnen das antrainieren? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir alle ja natürlich wissen wollen, wie ähnlich werden uns die Maschinen mal werden. Haben sie Humor? Verstehen sie Ironie? Können sie lachen? Kann man sich ein Computer verlieben und so weiter? Im Prinzip ist dem, was wir der Software beibringen können, ist nicht unbedingt eine Grenze gesetzt. Man könnte also Regeln für Witze oder Witze da auch hineinbringen und eine gewisse Form von Humor entwickeln. Insofern ist das nicht begrenzt. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass natürlich die Maschine, die Software immer als Software bleibt. Sie hat keine Eltern, sie ist nicht geboren worden, hat keinen Körper, keine Gefühle. Bleibt also eine Technologie, die von uns gefüllt werden muss. Und da sind wir zurück in das, was eben Schüler, Studenten, Wissenschaftler auch machen werden in den nächsten Jahren, dass sie eben die Software befüllen müssen mit Abläufen und Entscheidungen, die für uns sinnvoll sind und unser Leben zusammenlesen, besser machen. Und das wird wahrscheinlich am Anfang erstmal viel mehr in der Ecke der Informationsbereitstellung und Entscheidungsunterstützung sein als zwangsweise im Humor. Das war Dr. Wolfgang Hildesheim, Vertriebsleiter von IBM Watson in Europa. Gerade die letzte Frage hatte mich halt so interessiert, aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil es darum geht, dass sich da Facebook in diesem Bereich ein bisschen mehr wahrscheinlich beschäftigen muss, weil sie ja ihre künstliche Intelligenz einsetzen wollen, um Hassposts zu löschen. Diese Info kam jetzt erst vor ein paar Tagen raus und da fragte mich ein Kumpel dann, als wir darüber gesprochen haben, okay, versteht die dann überhaupt Satire? Versteht sie Sarkasmus? Und dafür muss sie ja theoretisch Humor verstehen. Das stimmt schon, ja. Tja, und da, ich weiß nicht, Satire oder auch halt sowas wie Ironie, ist das schon als Mensch wirklich sehr schwer zu verstehen. Also es kommt ja immer auf den Kontext an und auf den Hintergrund und ich halte das für ziemlich schwer noch irgendwie. Genau, glaube ich halt auch, dass das ziemlich schwierig wird. Vor allen Dingen, vielleicht hast du den Chatbot von Microsoft mitbekommen. Genau, richtig, der dann plötzlich aggressiv wurde. Darüber hatten wir, glaube ich, ja auch gesprochen. Ja, da hatten wir auch kurz drüber gesprochen, genau. Genau, und der zum Beispiel konnte das noch nicht unterscheiden. So. Genau. Der war aber halt auch anders ausgelegt. Diese Intelligenzen sind ja, so wie ich das verstanden habe, halt nicht so allumfassend und können dann alles sozusagen, also sind sozusagen so zu behandeln wie ein Mensch, der einfach nur schneller nachdenken kann, sondern die haben halt ihr Aufgabenfeld. Genau. Und der Microsoft, genau, die Microsoft KI war halt die Aufgabe, in einem Chat mit einem Menschen chatten zu können beziehungsweise twittern zu können und da war halt nicht einprogrammiert, was für eine Persönlichkeit ihr habt, sollte sozusagen. Genau, lernte halt durch den Gegenüber, ist natürlich auch schon die erste Idee darüber, dann natürlich auch dann eventuell irgendwann den Turing-Test dann endgültig zu bestehen. Der Test, der dann bei dem nicht mehr, der Mensch nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit einem Menschen oder mit einer Maschine redet. Wobei in dem Fall klar war, dass das ein Chatbot ist, das stand die ganze Zeit mit bei. Aber es geht natürlich um die Frage, wie können, wie kann solche Chatsysteme zukünftig aussehen? Ja. Naja, das sieht man auch mal wieder, wie das Internet, die Community, wie die halt drauf sind, also es hat so dieses Trolltum, weil er gleich wieder voll am Start hält. Genau, weil der Mensch... Wir kürzen Intelligenz, komm, wir bringen der irgendwelche Zeug bei. Genau, hatte ich halt auch in einem Artikel gelesen, dass das auch gut war, weil der Mensch nämlich als allererstes austesten will, wie weit kann die Maschine gehen? Also wie viel Macht habe ich als Mensch noch über diese Maschine? Ja, genau. Wie kann ich sie beeinflussen? Das kennt man ja auch, wenn man irgendwie jemanden trifft, der nicht Deutsch kann und man erzählt ihm dann irgendwelche Wörter, die er irgendjemand anders erzählen soll und erklärt ihm gar nicht, was wirklich dahinter steckt und lacht sich dann tot. Also das ist das gleiche Phänomen gewesen. Ja. Und ein anderer Punkt ist natürlich, der Film, den du ja auch empfohlen hattest, Her, das war das, wo er ja drauf anspielte auch, kann eine künstliche Intelligenz, kann man sich in eine künstliche Intelligenz verlieben oder kann sie sich verlieben, wenn sie keine Gefühle kann, wird sie das, glaube ich, auf lange Sicht auch nicht können. Also weil sie einfach dieses, ich glaube, eine Maschine kann einfach Gefühle nicht lernen. Ja, das grundsätzlich. Weil der Mensch halt nicht mal mehr weiß, wie es funktioniert. Ja, aber grundsätzlich, sage ich mal, wird es das irgendwann geben. Da bin ich mir relativ sicher. Die Frage ist halt, wann und gerade bei Höher, dieses Betriebssystem, ist ja quasi eine allumfassende künstliche Intelligenz. Genau. Ja, also die hat ja kein spezielles Anwendungsfeld jetzt irgendwie. Ja, ich soll nur Text verstehen und antworten, sondern und die Intelligenz hat sich ja dann zum Beispiel selber auch Gefühle und sowas beigebracht. Und das ist, glaube ich, noch ein weiterer Schritt, aber im Prinzip ist das, glaube ich, schon möglich. Nee. Also nach dem, was ich jetzt gelesen habe, in den vielen Artikeln dazu, ich muss da, würde ich da auch mal so eine Linkliste machen, steht da drin, es wird diese allumfassende künstliche Intelligenz auf Jahrzehnte hin nicht geben, weil du… Ja gut, Jahrzehnte, aber es gibt ja… Ja, vielleicht irgendwann, aber weil du vor allen Dingen, weil die halt immer ein spezifisches System haben müssen, du kannst sie nicht mit irgendwann mit einer… Sie muss etwas haben, woran sie lernen kann. Also beispielsweise Watson lernt jetzt gerade unter anderem viel im Bereich Finanzen, einerseits, andererseits in der Krebsforschung wird es eingesetzt, weil es halt Berechnungen machen kann. Watson funktioniert gewissermaßen, so wie ich das verstanden habe, ähnlich, also Lern selbst kann auch Daten und Muster und Verbindungen interpretieren und Zusammenhänge erkennen, so. Das kennen wir beide eventuell noch von IBM SPSS. Ja, genau. Aber wenn du sagst Jahrzehnte, das kann ja… Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht unbedingt Grenzen, oder? Naja, eben doch. Die Frage auf die, die Frage auf die, was ist das Leben, ja, und was ist der Sinn des Lebens und der Welt und wie das noch so schön bei dem, per Anhalter durch die Galaxie dann kam, diese Frage wird es nicht beantworten können, weil es dafür keine statistischen Erhebungen gibt. Also für diejenigen, die SPSS nicht kennen und dadurch mussten, so wie wir, das ist halt ein Statistikprogramm. Und Watson ist ein Statistikprogramm, nur verdammt viel schneller und selbst lernt. Also kann auf eigene Arten. Und das ist das, was bei diesem Kognitiven auch läuft. Das steht hier auch in einer von diesen Erklärungen von IBM drin. Denn kognitive Systeme wie Watson können mehr als einfach nur genau das rechnen, was ihnen anprogrammiert wurde. Sie können lernen und versuchen, den Menschen mit Intentionen und Wünschen zu verstehen. Sie registrieren Nuancen in der menschlichen Semantik und sie interagieren mit den Personen. Und das ist das, was Herr Hildesheim meinte mit Spracherkennung. Die können das halt eingeben. Und das ist das, warum sie in sowas wie Krebsforschung auch so spannend sind, weil sie halt Informationen bekommen können und diese Informationen dann sozusagen angeschlossene Systeme analysieren, Daten über längeren Zeitraum aufnehmen können. Zukünftig natürlich, denkt man an die ganzen Variables, die wir haben. Das heißt, die bekommen auch die Daten, diese Watson indirekt bekommt diese Daten wohl teilweise auch von Apple. Diese Gesundheitsdaten. Gesundheitsdaten und so weiter. Anonymisiert, versteht sich? Natürlich. Und kann dadurch halt gewissermaßen dann herausfinden, wie die Wahrscheinlichkeit für Krebs ist oder welches Medikament gerade am besten ist. Und der Mensch redet mit ihm und der Computer muss als sei Dank, es ist diese einfache Sprache, die wir sprechen oder die manchmal komplizierte Sprache, die wir sprechen, irgendwie übernehmen, verarbeiten, verstehen und dann mit den Daten, die er hat, analysieren. Aber über dieses Analysieren, also intuitiv handeln, das können die Maschinen, glaube ich, derzeit einfach noch nicht. Okay. Meine Frage an dich, Philipp, wäre aber, weil diese Diskussion habe ich in letzter Zeit auch öfter geführt, meine Frage an dich ist, glaubst du denn, dass wirklich entsprechend diese Maschinen, wenn sie diese künstliche Intelligenz beherrschen, uns den Job wegnehmen werden? Uns zwei jetzt speziell oder allgemein? Wird der Mensch arbeitslos? Ja, erst mal schon. Also, das ist jetzt arg betrieben, ja, aber ich kann halt, es ist ja heute schon so, Callcenters sind teilweise komplett ersetzt halt. Wie er auch als Beispiel sagte, ja. Genau. Kann man jetzt gerade auch schon als Beispiel. Klar, dann sind die erst mal arbeitslos, aber es entstehen ja auch immer neue Arbeitsgebiete. Also, allein schon jetzt hier in der Informatik und dann Aufgabenfelder wie Computertrainer und was weiß ich. Es verschwinden halt natürlich Arbeitsplätze, es kommen aber auch immer wieder neue dazu. Und je komplexer unsere Arbeitsplätze auch werden, desto mehr Spezialisten muss es auch geben. und das sieht man ja eigentlich schon heute, wenn man sich die ganzen Studiengänge anschaut, die tausend verschiedenen Bindestrich-Studiengänge. Und das wird sich auch, denke ich, so auf andere Berufe einfach auswirken, auch nicht akademische Berufe, die sich damit komplett verändern. Also, ja. Ich glaube, alles in allem wären wir nicht arbeitslos durch die Maschinen. Ja, das glaube ich persönlich auch. Aber ein Punkt, den ich auch jetzt immer mal wieder gelesen habe, ist halt diese, die Kluft aus reich und arm wird halt mehr werden. Und ich glaube auch die, ohne es jetzt böse zu meinen, aber die Kluft zwischen hochintelligent und nicht hochintelligent. Also, jemand, der einfach die Fähigkeit vielleicht auch nicht besitzt, was ja nicht schlimm ist, aber die Fähigkeit nicht besitzt, ein Studium zu machen in der Informatik. Oder der halt dieses kognitive Zeitalter, kognitives Zeitalter bedeutet, ich muss diese Intelligenz auch besitzen, ohne es böse zu meinen jetzt. Ja, aber gut. Das ist meiner Meinung nach aber eigentlich kein Problem, dass wir immer mehr erfinden oder dass die, ich nenne es einfach mal Maschinen, irgendwie unsere Arbeitsplätze wegnehmen, sondern das ist eigentlich, da kommt halt unser gesellschaftlicher Aufbau schon wieder an die Grenzen. Denn es ist ja durchaus möglich, wenn es weniger zu arbeiten gibt, dass die Menschheit einfach weniger arbeitet, was ein glorreiches Ziel wäre, wo man dann halt sich überlegen muss, wie bezahlen wir die, also wie werden die Menschen bezahlt? Muss jeder irgendwie einen 9-to-5-Job haben, die ganze Woche lang? Oder denkt man zum Beispiel über diese, über das bedingungslose Grundeinkommen nach? Wie ist unser Schulsystem aufgebaut? Muss es da wirklich diese Unterteilung geben? Gibt es da nicht andere Konzepte? Und das ist, glaube ich, in Zukunft mit wichtig, also nicht nur die, die, die Wissenschaft, wissenschaftliche Weiterentwicklung von künstlichen Intelligenzen und Maschinen und Arbeitsplätzen sozusagen, sondern wie stellt man eine Gesellschaft darauf ein? und man kann das halt heutzutage vielleicht gar nicht mehr so gut auffangen mit unserem heutigen Gesellschaftssystem. Da wird sich, glaube ich, auch einiges ändern müssen. Ja. So, und jetzt haben wir den großen Rundumschlag hier. Genau, gerade finde ich schön, da kann ich direkt verweisen auf die Frankfurter Allgemeine Woche. Du erinnerst dich dran, diese Zeitschrift, wo ich mal gesagt habe, die ist nicht so toll. Ich nehme das in Teilen zurück. Denn die von letzter Woche Freitag, nicht dieser Woche Freitag, letzter Woche Freitag war sehr schön, hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Also mit der Frage, inwieweit nehmen uns Roboter zukünftig die Arbeit wegründen? dass ein Roboter nun einen die Arbeit wegnimmt? Da wurde aber auf jeden Fall auch darüber diskutiert, dass eine Lösung zum Beispiel wäre, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen, so wie es Finnland ja jetzt macht. Ausprobiert, ja. Genau. Ich glaube, das wird auch immer mehr Salonfähig. Man liest jetzt ab und zu immer wieder mal was darüber. Ich glaube, das wird uns in nächster Zeit auch beschäftigen. Und es gibt ja, es ist auch wieder halb voll oder halb leer das Glas. Ich kann natürlich sagen, die Roboter nehmen mir die Arbeit weg oder sie nehmen sie mir ab. Genau. Ich bin da eher für das Abdenken. Genau, das sehe ich halt bei Robotern genauso. Also zum einen gewisse Autoherstellerfirmen gehen jetzt von dem Roboter und den Maschinen teilweise wieder zurück hin zu Menschen, weil sie nicht festgestellt haben, ein Roboterarm kann nicht parallel mehrere Dinge gleichzeitig machen und ist theoretisch in der Unterhaltungskosten teurer als ein Mensch. Weil dann nämlich nach drei Jahren muss die Maschine ersetzt werden durch eine neue. Sie muss besser werden, sie muss gewartet werden und ein Mensch muss das nicht. Also es gibt eine, und das wurde im Übrigen, das fand ich sehr witzig, ohne jetzt zu wissen, wo ich den Artikel gelesen habe, ausgerechnet wurde das von einem Computer. Das heißt, der Computer hat den Roboter. Ausgestochen. Da geht es schon wieder los. Nein, also, ich glaube zusammenfassend kann man sagen, dass dieses Thema Künstliche Intelligenz und Roboter und alles ist eigentlich gar kein so ein technisches Thema, sondern es ist eigentlich vor allem ein gesellschaftliches Thema. Es wird eins werden, ja, genau. Und das hat halt eben seit der Industrialisierung angefangen und wird es so weitergehen. Ja, also ich sehe das auch so. Ich sehe auch, dass es halt eine neue, auch einfach eine neue Technik-Ära ist. Also sei es auch in Kombination mit Big Data und sowas, also Industrie 4.0, weil viele Unternehmen zukünftig mehr mit, sich mit Watson und dergleichen beschäftigen müssen. Also, nämlich auch die Frage, die so ein bisschen dahinter steckt, Wissensmanagement. Also, wer weiß, was ist und wie weiß was. Sowas muss vielleicht zukünftig eine Datenbank machen, also eine einfache Form von Künstlicher Intelligenz. Nicht zwingend die Künstliche Intelligenz, über die wir heute reden, wenn wir über AlphaGo reden, also über kognitive Systeme, sondern die andere Form von Künstlicher Intelligenz, dass die halt Logiken und dergleichen noch kann, was bei Watson dann schon nicht mehr der Fall ist. Also, der basiert halt nicht mehr darauf. Der lernt an sich selber, da ist die Schnittstelle zwischen, wo sind meine Daten und wie greife ich auf diese Daten zu. Die sind auch getrennt. Das ist halt schwierig zu verstehen. Ich versuche immer noch zu verstehen, wie eine Künstliche Intelligenz das wirklich tut, dass sie selber lernen kann, wohl halt über diese Trennung zwischen Informationsverarbeitung und Informationsaufbereitung oder Informationserhalt. Zum Beispiel Watson hat Jeopardy gewinnen können, weil er diese allgemein gültigen Fragen so leicht aufbereiten konnte und halt vorher sowas antrainiert bekommen hat. Er war aber nicht am Internet angeschlossen. Also, er wusste diese Antworten. So. Okay. Weil er halt trainiert wurde in dieser Richtung. Und das ist das, was ich auch glaube, es wird zukünftig immer mehr dieser Trainer geben. Finde ich ein unglaublich interessantes Feld, muss ich sagen. Also, unglaublich, was da an neuen Sachen rankommt, denn du musst dir, diesen Punkt der Kreativität, du musst dir dann jetzt neue und unkonventionelle Fragen stellen. und da mal mit um die Ecke denken und dir jetzt überlegen, okay, wie kann ich das einem System erklären, was ich will oder wie kann ein System jetzt weiterlernen und wie kann man damit arbeiten? Also, dass Systeme teilweise inzwischen sich verbessern, indem sie in Anführungsstrichen in Krieg ziehen gegen andere Systeme und dadurch dann am Ende das beste System gewinnt und das dann das richtige System ist, was ich am Ende verwenden kann. Also, kein eigenes Trial and Error mehr, sondern die merzen sich einfach selber aus und das effektivste und effizienteste System ist dasjenige, was ich am Ende benutze, ist schon interessant und gerade dieser Advisor-System von Watson, der halt nicht zwingend auf einem Supercomputer basiert, sondern auch wirklich auf Software, ist schon echt eine interessante Richtung und wenn wir dann auch noch hingehen in Richtung Quantencomputer, also noch schneller arbeiten, noch schneller Dinge verarbeiten, dann ist das eigentlich schon ziemlich krass, was da inzwischen so um die Ecke kommt und was wir da erleben werden. Also, ich werde mich mit diesem Thema gewiss weiter beschäftigen, Philipp, und du darfst es dir weiter anhören. Ja, vielen Dank. Ja, dann steht jetzt hier noch eine Buchempfehlung. Genau. Ich empfehle natürlich das Buch Künstliche Intelligenz und das, was ich gerade lese, damit jeder damit kämpfen muss. Nein, ich empfehle ein Buch, was demnächst rauskommt, aber im gleichen Verlag, nennt sich Smarte Maschinen, wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert. Da wird dann mal ein bisschen von einem Wissenschafts- und Technikautor mal so eher erklärt, wie sich das zukünftig weiterentwickeln wird. Der Ulrich Eberl, der das ist, der das geschrieben hat, ist wohl, so sagt es Amazon, einer der renommiertesten Wissenschafts- und Technikjournalisten in deutscher Sprache. Und derjenige wird uns halt diese Fragen beantworten, wie geht das hin, diese Entwicklung auf diesem Gebiet und wie läuft das mit unserer Selbstverständlichkeit, dieser menschlichen Intelligenz. Also ich würde mir dieses Buch empfehlen, es ist noch nicht rausgekommen, es ist noch nicht rausgekommen, kommt am 20. Juni. Das wollte ich unbedingt empfehlen, ich werde dazu dann in der nächsten Sendung dann oder in der übernächsten Mal was zu sagen und genauso ans Herz legen möchte ich diejenigen, die zufällig so eher in West-Norddeutschland sich befinden um den Kreis Bremen herum, diejenigen, die mal wissen wollen, in welche Richtung wir eigentlich gerade gehen im Bereich Robotik und Cyber Physical Systems der sollte zu der Abteilung des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz gehen und zwar am 14. Juni also übernächste Woche dort haben die nämlich Tag der offenen Tür und dort kann sich das jeder einmal angucken was die dort an diesem Forschungsinstitut von dem oder an dem Teil von diesem Forschungsinstitut denn so passiert im Bereich Robotik da sind die auch spezialisiert mit maritime Explorationshallen also auch ist halt am Meer darum auch ein bisschen was maritimes wie funktioniert sowas wie wird das weitergeführt und ja ich stehe mir das super spannend vor ich kann da leider nicht sonst wäre ich da definitiv hingegangen das wollte ich nur auch noch mal einmal empfehlen vielleicht wenn das jemand aus der Ecke schafft vielleicht kann man mal uns da ein bisschen was zu erzählen ja tja ich komme leider nicht aus der Ecke ich gehe da nicht hin ja ich weiß ich habe eine Idee aber ich wen ich fragen kann vielleicht klappt das mal sehen das mal schauen ich habe eine Idee ok top so Eiko bist du noch dran ja ich bin noch dran alles klar dann würde ich sagen gehen wir mal über in den zweiten Teil dieser unglaublich inhaltsreichen Sendung heute ja denn wir gehen jetzt weg von künstlicher Intelligenz hin zu Achtung großer Sprung Filme mit Games Hintergrund ja ja kann man eine Frage wie kamst du denn ausgerechnet auf dieses Thema ja das war das zweite Thema mit dem ich mich so ein bisschen am Rande beschäftigt habe denn ich war in Warcraft The Beginning ah so ich habe den gesehen diesen Dienstag also ich war nicht letzte Woche in der Premiere sondern diese Woche etwas später habe den in 3D gesehen und fand den fand den persönlich ziemlich gut wir werden darüber glaube ich das haben wir im Voraus schon festgestellt gleich nochmal ein bisschen diskutieren auch wenn du ihn nicht gesehen hast darum darfst du eigentlich gar nicht mitreden aber gut ich warte auch immer noch darauf dass du Civil War guckst aber ja Dinge die nicht passieren werden ja ja ich weiß doch ey du wolltest dich wirklich angucken ja das sagst du seit drei Folgen oder so das wird auch noch passieren ja und ich habe den Trailer gesehen zur Assassin's Creed ähm den habe ich auch gesehen einen Spiel ähm das ich in ich gespielt habe Philipp was ja genau das war das letzte Spiel was ich äh abgesehen von Dingen auf der Gamescon in Köln oder mal bei Kumpels auf meinem eigenen Rechner gespielt habe welcher Teil war das dann der erste gleich ja okay cool ähm und ich habe noch nicht so ganz gerafft vielleicht Philipp kannst du mir dabei helfen ich weiß jetzt nicht gerade welcher Teil das sein soll oder ob das eine Mischung aus allen Teilen ist in diesem Trailer ja äh jetzt da meine Frage ich würde ja erstmal äh von quasi chronologisch vorgehen und mal gucken was gab es denn schon für Spielverfilmungen ja genau das können wir gerne machen um daran beispielhaft aufzuzeigen was so das Problem eigentlich an den an der ganzen Geschichte ist und ob wir vielleicht ähm jetzt endlich mal soweit sind dass endlich mal gute äh Spieleverfilmungen rauskommen deiner Meinung dann wahrscheinlich jetzt nach Warcraft ne ne ähm da kommen wir gleich dazu okay würde ich sagen ja nee gerne gerne ich habe es ja vorgeschlagen also hau raus genau denn es gibt ja ähm seit geraumer Zeit ähm ähm schon immer äh Filme ähm die auf Spielen basieren wichtiger Film dabei ist der Super Mario Bros Film also ich habe zu den meisten Filmen auch immer einen Trailer verlinkt ähm und dazu muss man einfach nur sagen äh der Film ist von 1993 relativ trashig ähm ist Realfilm ganz merkwürdige Kostüme und äh hat so mit Super Mario wie man den kennt und ähm gar nichts zu tun es sind zwar zwei Klempner die äh eine Prinzessin retten aber alles völlig krude ähm wer den Trailer sich anschaut der wird schon sehen es ist glaube ich mal ein lustiger Film so für für eine lustige Runde abends aber ist jetzt kein kein richtig was ist kein richtig es ist kein guter Film einfach gab es übrigens dann ähm irgendwann später auch eine Serie zu ne also nicht zu dem Film aber zu Super Mario ja also wie gesagt die Liste hier ist jetzt nicht abschließend und ähm die kann man auch gerne noch ergänzen und äh da andere Filme mit reinbringen weil es gibt da schon tausende von ähm und wenn man halt über Computerspiel für Filme redet muss man auch über Uwe Boll reden den meisten wird Uwe Boll wahrscheinlich was sagen ist ein deutscher Regisseur der viel Trash ja der macht ganz viel Trash Film ähm und ist sozusagen der kleine King äh der der Spieleverfilmungen weil er eben diese Lizenzen daran immer bekommen hat die früher noch relativ billig waren einfach zu bekommen und so haben wir eben ähm ganz viele Uwe Boll Filme Alone in the Dark 1 und 2 ist von ihm ähm das im Horror Genre angesiedelt Blood Rain ähnlich da habe ich mal einen geilen Link rein ähm zum Trailer von ähm Blood Rain ähm The Third Reich ähm da geht es unter anderem um einen Halbvampir der gegen Nazis kämpft ähm ja allein daran schon ich kann nur empfehlen den Trailer mal anzugucken ist glaube ich auch ganz lustig ähm dann ein Film äh Schweller des Königs Dungeon Siege ähm den kennt man vielleicht erst mit Jason Statham und Ray Liotta ist aber auch relativ trashig und ähm Uwe Boll hat öfters äh mit äh Schauspielern äh gefilmt die quasi in einer bestimmten Zeit sozusagen arbeitslos waren und dann für relativ billig Gage mit denen kurze Filme gedreht sozusagen also die Produktionszeit eben oder die Filmzeit eben sehr kurz war ja Schweller des Königs habe ich gesehen du hast vollkommen recht der ist ziemlich trashig gewesen genau und aber trotzdem hat eben äh Uwe Boll oft sehr gute Schauspieler also vor allem Ray Liotta den mag ich sehr gern Jason Statham kann man jetzt weiß ich nicht ist halt ein Action Schauspieler ist jetzt kein Charakterdarsteller natürlich hat er dann Till Schweiger genau Far Cry Far Cry ein Ego-Shooter ähm mit Ralf Möller und Till Schweiger die Größen des deutschen Kinos ähm da muss man sagen auch ja ist halt ein Uwe Boll Film aber ähm was glaube ich richtig oder relativ gut getroffen hat ähm ist so die Setkulisse von Far Cry also die Inseln und so wie es da ähm wie die Gebäude da aufgebaut sind die Waffen das sieht schon ziemlich nach Far Cry aus ist aber auch jetzt kein wirklich guter Film und dann habe ich noch Postle von 2007 das Spiel in Deutschland äh nicht erhältlich da ähm äh äh gelistet äh genauso der Film da ähm gibt es äh eine relativ lustige Szene die Anfangsszene und das muss man Uwe Boll Boll Film halt lassen die sind teilweise wirklich richtig gut gute Comedy vielleicht ungewollt aber teilweise ähm echt super Unterhaltung okay und kommen wir jetzt dann langsam mal zu Filmen die ich vielleicht abgesehen von Trader des Königs der würde ich vielleicht auch kennen könnte also bisher so und bis jetzt haben wir eben ein Problem aufgedeckt ähm teilweise also früher zumindest äh waren diese Spiele Lizenzen sehr billig zu erhalten und da wurden relativ billige Filme gemacht um damit Geld zu verdienen aber es war nie so angelegt um äh gute Kinofilme daraus zu machen dann kommt äh Tomb Raider 2001 mit Angelina Jolie den könntest du zufällig gesehen haben oder du kannst das Spiel auch kennen ja ja und das Spiel habe ich früher auch gespielt ja und genau und da sind wir schon im Bereich von Filmen die eigentlich relativ gut sind sag ich jetzt mal ähm ich hab den damals da war ich aber noch irgendwo in der Pubertät äh fand ich den Film ganz gut äh nein jetzt heute auch so rein von der Handlung her aber ähm ja ja schon klar wenn ich mir den wenn ich mir den heute anschaue dann sah ich jetzt auch es ist ein schlechter Film aber ähm damals hast du dich ablenken lassen ja vermutlich so dann ähm richtig gut eigentlich zumindest der erste Film finde ich die Resident Evil Reihe ja den habe ich auch gesehen den ersten genau der erste dann wird es wirklich alles nur noch stupide langweilig komische äh Slow-Mo 3D Action kann man sich komplett sparen ähm ist aber immer mit Mila Jovovic hängt wohl auch damit zusammen dass der Produzent ähm mit ihr verheiratet ist die kommt dann auf sowas ja einfach mal so in den Raum geschmissen ähm Mila Jovovic eigentlich eine sehr gute Schauspielerin zumindest damals äh The Fifth Element mhm ja da war sie gut eher ein bisschen ja blass irgendwie weiß ich auch nicht ähm genau aber die Reihe setzt sich sozusagen fort dass man kaum äh irgendwie ernstzunehmende Filme hat die irgendwie auf Videospielen basieren und dann kommen wir direkt zu einer eine Neuerung damals Final Fantasy The Spirits Within äh ist ein Film der komplett ohne Schauspieler auskommt also ist quasi wie eine Computerspiel Zwischensequenz auf Spielfilmlänge aha ja genau also die ich hab damals ich weiß nicht ob du den Film gesehen hast ich hab zumindest damals den Trailer im Kino gesehen und war komplett erstaunt wie gut die Grafik ist wenn man sich jetzt den Trailer mal reinzieht ja wir sind wir sind schon krass verwöhnt ja aber kann man sich kaum mehr anschauen das sieht man mal wie weit wir heutzutage auch schon sind ja ja genau das ist halt das Gute ne genau und ähm jetzt kommen wir zu Max Payne der ziemlich verdeutlicht was auch Probleme von Spielverfilmungen sind und zwar ist Max Payne ein Shooter der äh damals äh in die Spieleindustrie die sogenannte Bullet Time ähm ja genau den hab ich auf dem Computer von meinem Bruder damals gespielt genau und das war eben die Zeitlupe der Zeitlupeneffekt richtig coole äh gute ähm Spielmechanik und hat damals auch so diese Geschichte ähm diese Rache-Geschichte eines New Yorker Polizisten so im Film-Noir-Stil erzählt mit Comic-Strips ja viel Regen dunkel und ähm wahnsinnig gute Musik auch ähm und diese Atmosphäre hat eben der Film nicht geschafft mit rüber zu nehmen und hat dann komischerweise auch noch Monster und Teufel und weiß der Geier was eingebaut in diesen Film ja wobei man sowas in dieser Art ja bei ihm bei ihm in der in diesen Zwischenszenen auch immer ein bisschen gedacht hat also ja aber ähm das kam halt nicht so explizit vor ja das stimmt es hat einfach nicht geschafft diese Atmosphäre mitzunehmen und obwohl ich Mark Wahlberg eigentlich mag glaube ich war der nicht die beste Besetzung eben für Max Payne und da sieht man eben eine Schwierigkeit von Film ist eben diese Handlung die ähm wenn sie denn überhaupt irgendwie gut erzählt wird in Spielen von keine Ahnung 20, 30, 40, 50 oder mehr Stunden sogar zusammenzuschrumpfen und dabei aber noch die Atmosphäre mitzubringen die man vielleicht nur erfährt weil man stundenlang dieses Spiel spielt und irgendwie mit dem Charakter sich verbindet genau vor allen Dingen dieser Punkt halt ähm da sind wir halt mal wieder da haben wir beim letzten Mal bei Virtual Reality ja auch drüber gesprochen äh dieser Punkt aus einer Story World eine Story Line zu machen so genau dieses allgemeine weite selbstfinderische und spielerische und die starke Immersion dann in eine einen Plot halt also der Plot ist ja da aber in einem Storytelling wie im Film halt mit einer Storyline zu verpacken das ist natürlich eine Schwierigkeit ja ja und man muss es halt ähm auch schaffen das Ganze spannend zu halten ähm denn Spiele sind eigentlich halt viel spannend weil man ähm ständig was erlebt weil man selber spielt aber die Geschichte an sich ähm muss halt auch spannend erzählt sein und ein Film muss da halt irgendwie diesen Sprung schaffen zwischen wie viel übernehme ich aus dem Spiel und wie viel mache ich eigenständig damit ich auch noch ein guter Film bin und das funktioniert ganz selten oder ist auch sehr schwer das das hinzubekommen damit man auch noch sagen kann ja das ist jetzt ein Max Payne Film ähm dann noch ganz kurz was zu den Hitman Filmen ähm die sind gut gemachtes Action Kino sag ich jetzt mal ähm haben haben wir natürlich auch diesen diesen Auftragskiller da mit drin diesen Agent 47 sind halt durchschnittlich gute Filme ja sind halt Ballast Filme ne also genau und reißt jetzt auch niemand richtig vom Hocker ne ist klassisch ja ist halt klassisches Popcorn Kino genau und ähm im Laufe der Zeit aber hat sich äh was getan und zwar haben sich die Spiele auch äh zunehmend Richtung Film hin entwickelt so kamen immer mehr Spiele raus mit Zwischensequenzen oder wie ja auch die teilweise sehr lang sind also wer Final Fantasy oder äh Metal Gear Solid spielt der weiß schon mal dass man da auch mal zwei Stunden ähm Zwischensequenz hat ja stimmt ähm aber was ich meine ähm dass sich die Spielmechanik auch verändert hat ähm es gibt zum Beispiel Heavy Rain oder der Vorgänger noch Fahrenheit äh wo man quasi einen interaktiven Film spielt wo man die Spielfigur nicht wirklich direkt überall hin steuert sondern wo man sozusagen öfters ähm Geschicklichkeitsspiele macht beziehungsweise Entscheidungen fällt die sich dann äh auf diesen in Anführungszeichen Film auswirken ich hab da mal den Trailer zu Heavy Rain reingepackt weil das jetzt auch wieder neu rauskam für die Playstation 4 und ganz neu auch Quantum Break ähm der quasi äh versucht ähm eine Serie äh mit einem Spiel zu verbinden und zwar äh hat man quasi nach jedem Kapitel äh eine 20-minütige Zwischensequenz die quasi wie so eine Serien ähm äh Folge ausschaut und äh hat aber da richtig gute Schauspieler drin also Schauspieler von Game of Thrones und ähm ich hab das Spiel jetzt selber noch nicht gespielt aber ähm was man so hört scheinen die wirklich auch qualitativ sehr hochwertig zu sein und man kann sie eben marginal beeinflussen durch Entscheidungen die man im Spiel fällt also was man halt sieht man hat so im Laufe der Zeit eine Annäherung vom Film hin zum Spiel und vom Spiel hin zum Film wobei letzteres ja dann noch ein bisschen eine Umdrehung ist ähm es gab früher so ähm so Filme da konnte man sozusagen auch dann interaktiv in diesen oder Serien da konnte man gewissermaßen interaktiv in diese Serie mit einsteigen indem man dann von der einen Folge zur nächsten sozusagen ein bisschen mitentscheiden oder mitknobeln konnte und dann in die eine Richtung gehen oder in die dann halt alles so Zwischendinger es gibt auch wer Command & Conquers die Teile kennt die ersten Teile da waren die Zwischensequenzen auch real gefilmt einfach weil die Ingame Grafik das noch nicht hergab dass man die komplett auf äh in der Game Grafik darstellt das war auch lange Zeit ein Kriterium warum Spiele gut sind weil sie Zwischensequenzen in Ingame Grafik zeigen ja und eins somit quasi nicht rausreißen aus dem Spiel was ja inzwischen Normalität geworden ist genau weil man es einfach darstellen kann aber inzwischen auch so gut dass es fast schon nicht mehr auffällt wenn man reale Sachen dann wirklich einbaut und da kommen wir dann zu Warcraft dem Film der ja zum Beispiel die Orks komplett computeranimiert hat beziehungsweise hier von echten Schauspielern eingespielt also Motion Capturing Verfahren ja genau und viel vor Blue Screen dann eben macht mit echten Schauspielern genau und ja damit sind wir quasi jetzt mit diesem kurzen aber schnellen Ritt in der Jetztzeit gelandet und Eiko wie war für dich Warcraft ja also ich muss ja sagen ich habe die Review die du reingestellt hast habe ich mir angesehen irgendwas hatte mich an diesem also der Film ist ist nicht schlecht also wirklich ein paar sehr schöne Sequenzen aber nachdem ich diese Review mir mir genau mal angesehen habe verstehe ich also die von Nerd Kultur hast du ja reingeladen genau ja ich verstehe zu 100% was gemeint ist also dieses Problem dass dass du in diese Story ziemlich reingeworfen wirst und teilweise halt nicht ganz verstehst was dort passiert genauso wie dieses krasse Name Dropping und es wird halt gesagt im hinteren Teil wird es besser und das ist richtig und ich hatte halt war mit Kumpels unterwegs die unterwegs die halt zumindest der eine das Warcraft auch wirklich kannte und viel gezockt hat und so weiter und der sagte okay manche Sachen der hat gemerkt okay das und das passt irgendwie nicht da hat sich danach auch eingelesen und gesagt okay da sind ein paar Sachen drin viel das passt manches nicht na 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 für den war das cool der fand den weil ich mich halt gerne auf einen mehr spezialisiert hätte so dann am Anfang der Punkt mit dem mit der Animation und dieser Problematik dass du erkennst wenn die realen wenn diese Figuren in der mit den animierten Figuren zusammentreffen das Gefühl hatte ich nicht ich glaube das ist ein 2D Problem kein 3D Problem denn 3D kann sowas schon ein bisschen ausmerzen finde ich ja ich habe da ein Interview gelesen mit dem Regisseur und der meinte eben das große Problem war wie kriegt man das überein und wenn man jetzt die Spielgrafik anschaut die ursprüngliche ist die halt sehr comichaft und sehr bunt und wenn man da halt reale Menschen reinbringt dann muss man die irgendwie da rein anpassen dass es irgendwie funktioniert ja und ich finde dass wenn das Ziel war also die vom grafischen und vom gestalterischen fand ich war das Ding super ist super gelaufen also auch genau er hat eben drauf gesetzt dann auch wenn er Szenen hat nur mit Realschauspielern dann im Nachhinein die Kulissen und alles in diesen Comic Stil anzupassen sodass man halt nie rausgerissen wird dass man dann nach kurzer Eingewöhnungsphase dann da drin ist genau und ich finde das hat gut funktioniert da hatte ich echt gar kein Problem also von den Animationen super da sieht man einfach mal was jetzt in der 3D-Animation funktioniert hat das hat auch Civil War gezeigt wo im Übrigen sehr interessanter Effekt der Black Panther vollständig animiert ist und zwar aus Deutschland aus München wurde in München vollständig animiert fand ich sehr krass dass wir im deutschen Bereich da so gut und so führend sind und bei Warcraft ja ich finde ihn gut er ist halt sehr sehr schnell auch dieser dieser Punkt mit dem schneller Wechsel von A nach B ist sehr sehr krass und man darf mal wieder nicht auf den Trailer vertrauen das ist glaube ich auch eine relativ wichtige Info der Trailer ist anders geschnitten chronologisch als der Film am Ende auch passiert und das hat mich am Ende auch ein bisschen verwirrt wäre so ein typischer gucken sie nicht den Trailer gucken sie den Film ja und was halt bei Warcraft was Warcraft glaube ich auch zeigt was sehr wichtig ist was man bei vielen vielen Spieleverfügungen nicht hatte es reicht einfach nicht wenn man sich die Lizenz kauft und dann da irgendwas macht sondern bei Warcraft wurde eben auch mit den mit den Spieleentwicklern zusammengearbeitet mit den Designern man hat das Konzept zusammengestaltet überarbeitet hin und her um eben auch diesen Geist den diese Computerspielreihe ausstrahlt da einfangen zu können und das vermisst man halt bei ganz ganz vielen Spieleverfilmungen ja das ist richtig aber genau diese diese Kritikpunkt aus der Review den muss ich halt ein bisschen mitnehmen während sich die Fangemeinde feiert oder vielleicht noch moniert dass ein und zwei Sachen halt anders sind ist der normale Zuschauer doch in Teilen vor allem dieses Name-Dropping halt ein bisschen überfordert ja das stimmt aber es ist glaube ich auch unvermeidbar dass Spieleverfilmungen immer Fanservice sein werden ja so wie Comicverfilmungen irgendwie auf Comics ja und man darf eben nicht vergessen dass man mit diesen Spielverfilmungen einfach davon ausgeht dass da schon die ganzen die eben diese Spiele gespielt haben ins Kino gehen und das ist auch so ein bisschen ein finanzielles ein finanzielles Argument warum es diese Filme einfach gibt also das stimmt man kennt den Namen man geht da rein so und das ist glaube ich ich weiß es die die Zahlen von Warcraft nicht wie viel die eingespielt haben aber ich denke mal der wird auch sehr erfolgreich sein der Film ja so lala er wird übrigens auch unterschiedlich bewertet also während IMDB mit sieben noch was bewertet ist er bei Rotten Tomato glaube ich nur mit vier Tomaten oder so genau da hat man das nächste wieder wenn man für die einen ist es zu wenig Fanservice für die anderen zu viel die Hälfte versteht es nicht und dann das ist unglaublich schwer und damit würde ich zu Assassin's Creed übergehen und auf deine Frage zurückkommen wo gliedert sich denn dieser Film in den Kanon ein und das tut er folgendermaßen er zeigt eine komplett neue Geschichte die aber in dieses Universum mit reinpasst und zwar ist ja die Grundgeschichte von Assassin's Creed dass Menschen in Real in sogenannte Animusse angeschlossen werden und dann quasi die Geschichte ihrer Vorfahren erleben und dann ist man quasi in diesem eigentlichen Assassin's Creed Universum mit drin und so hat zum Beispiel der erste Teil woanders gespielt als der zweite oder sagen wir mal die zweiten Teile Assassin's Creed 2 hat ja drei Teile die alle einem Charakter gefolgt haben während der Renaissance dann gibt es einen der spielt während der französischen Revolution während der amerikanischen Unabhängigkeitskrieges USW und Assassin's Creed der Film spielt jetzt während der spanischen Inquisition und damit parallel eben zu anderen den großen Vorteil des Assassin's Creed Universum auf dass man quasi in jeder Zeit hinspringen kann und unglaublich viele Parallelgeschichten erzählen kann und das wird vermute ich ein Vorteil für den Film sein weil man sich komplett eine neue Geschichte ausdenken kann die auch so zuschneiden kann dass sich sehr gut in das Format Film reinpasst und dass man sich äh zwar vom Grundgerüst her sozusagen an den Style von Assassin's Creed anpassen muss aber ähm der genügend Freiheiten hat also man kann äh die Schauspieler frei besetzen weil die nicht irgendwie besonders aussehen müssen man kann neue Waffen einfügen man kann neue Charaktere einfügen und ist da relativ frei in der Beziehung aha ja das ist eine eine wirklich gute äh gute Sache also ich hab den Trailer halt gesehen und fand ihn phänomenal genau weil Michael Fassbender in der Rolle wieder sehr gut ist ähm dann hat man eben äh gute Schauspieler und einen guten Ressentur dabei ja ja der äh Macbeth den letzten Macbeth Film gemacht hat ja fast mit dem gleichen Team gleicher Kameramann glaube ich sogar gleicher Schnitt ähm und der war und der war ja auch richtig gut und deshalb glaube ich dass Assassin's Creed äh ein richtig guter Film werden könnte und ähm auch für Leute die noch nie Assassin's Creed gespielt haben einfach den Vorteil bietet dass sie einfach in diese Geschichte einsteigen und ähm da nicht unendlich viel Hintergrundwissen brauchen ja also ähm das glaube ich halt auch hoffe ich auch ich hab irgendwann angefangen oder ich hab bei einem zumindest äh dann das Buch gelesen zu der Story was übrigens sehr spannend ist äh weil halt der gesamte Plot ist halt fertig so von dem Spiel und du musst im Gegensatz zum Durchspielen kannst du es einfach durchlesen ich find das inzwischen sehr sehr beruhigend also ja ist auch die Screed Spiele sind halt ewig lang ja die gehen ja genau und wer das halt genau wer das halt äh lieber nicht will sondern lieber ein bisschen abgespeckt haben weil dem empfehle ich in diesem Fall dann die Bücher dazu ähm der Film kommt am 27. Dezember raus da müssen wir noch ein bisschen warten vielleicht kommt noch vor ein zweiter Trailer das wäre natürlich schön ähm ja Philipp und eins hast du jetzt bei der gesamten Sache vergessen so ähm fällt mir jetzt nämlich noch schön ein sagt dir denn der Film Battleship was ja so das ist nämlich auch einfach sehr lustig äh das ist ein Film der quasi auf Schiffe versenken basiert richtig richtig ja also ich hab den er basiert auf dem ähm auf dem Hintergrund des leichtnamigen äh Brettspiels von Hasbro äh Battleship also Schiffe versenken ja und ähm das ist aber eine ganz ganz gute Überleitung denn ähm es gibt ja nicht nur Spiele für Filmungen sondern einfach auch ähm Filme mit Games Hintergrund so wie auch die Zwischenüberschrift hier heißt und das sind meistens die besseren Filme womit ich jetzt einfach mal Richtung Kino im Kopf stolpern würde ja dann hau ich hiermit jetzt einmal den äh entsprechenden Trenner raus Kino im Kopf gut da sind wir wieder äh in der letzten wollte ich Abteilung sagen im äh im letzten Kapitel Rubrik ja immer Rubrik ähm und zwar ein Spiel mit Games Hintergrund ähm heißt habe ich jetzt Spiel gesagt ein Film mit Games Hintergrund Scott Pilgrim vs. the World ja den habe ich auch gesehen ein wie ich finde sehr sehr unterhaltsamer Film ziemlich witzig ja und hat eben auch eine sehr einfache Handlung Scott muss gegen die sieben teuflischen Ex-Freunde seiner neuen Freundin kämpfen ja genau sehr lustig und zeigt schon mal gleich auf ähm wohin der Film geht denn äh dieser Film der ist einfach eine Hommage an Computerspiele allgemein und das schafft er eben indem er schon so aufgebaut ist wie ein Computerspiel in sieben Level sozusagen mit Bossgegnern ähm im Film der Film ist schnell geschnitten ähm teilweise so comichaft äh wie man es aus Anime kennt ähm dann hat er komische Waffen ähm ständig Anspielungen auf irgendwelche Spiele äh Einblendungen äh Erfahrungspunkte sammeln aufleveln ähm äh komische Zeitsprünge äh Manga Klischees auch ähm wo ich jedes Mal sehr lachen muss und es lohnt sich den mehrmals anzugucken weil man dann irgendwie erstmal nach und nach alle möglichen Andeutungen die dieser Film macht versteht oder die einem auffallen und ähm er ist auch sehr lustig ja ist ähm gut geschauspielert einfach der beste Games Film ever ja ist im Übrigen äh gedreht ähm mit äh unter anderem von dem äh Produzenten jetzt muss ich mal gucken äh mit Edgar Wright der äh Shaun of the Dead äh gedreht und äh genau Scott Pilgrim ist aber eigentlich eine Comicserie ja ne ähm ja genau kommt eigentlich daraus und es gibt halt äh der das äh der Film basiert auf dem äh sechsten Buch Scott Pilgrims Finest Hour ähm und da geht es halt äh wohl auch genau darum der Film ist wenn man gerade auch weiß dass er comichaft ist dann versteht man auch warum er so ähm so so Games mäßig auftaucht oder warum er auch das macht und kann was er dort macht nämlich irgendwann übelt sich abgehen und du fragst dir warum kann er das wenn du das akzeptiert hast er kann das halt dann kommst du damit klar genau das 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 wird einem aber auch ziemlich schnell klar und vor allem nimmt sich der Film nicht ernst ja genau das ist auch gut das ist auch gut so ähm weil man weil er dadurch alle Freiheiten besitzt und man eben das alles abnimmt auch diese Deus Ex Machina Geschichte und solche Geschichte also dass am Schluss plötzlich nochmal jemand ins Bild springt und dann nochmal ein extra Leben hat und ja ja doch es ist es ist wirklich sehr witzig es gibt übrigens für dich Philipp ähm äh auch das äh Videospiel dazu im Playstation Network das brauche ich jetzt irgendwie nicht vielleicht willst du es aber trotzdem mal ausprobieren für uns vielleicht will ich das nicht vielleicht wirst du das tun nein oder geh ich mal irgendwann ins Kino ja das sollte ja das das solltest du vor allen Dingen tun ähm ja also ein ein ich habe den Film auch gesehen ich meine bei Netflix äh ja Netflix gibt es den gerade der hat mir den empfohlen äh irgendwann durch meine Timeline weil sie ja das und das gesehen haben wollen sie nicht auf Scott Pilgrim gucken tja man sieht halt was ich gucke ähm ich möchte einen anderen Film empfehlen weil wir vorhin so schön über künstliche Intelligenz geredet haben und immer wieder auch äh drauf referiert wird ähm 2001 Odyssee im Weltall äh im Wald Odyssee im Wald ähm den kann man leider nicht im Stream sehen ähm das heißt dafür müsstet ihr in die Videothek gehen der Film ist nämlich auch ein bisschen älter von 1986 ähm falsch von 1968 geschaffen von dem unglaublichen Stanley Kubrick dem Mann wenn es darum geht Ästhetik zu schaffen im Film äh äh alles was dort dargestellt worden ist hat einen bildkompositorischen Grund ähm das nur mal so äh hinten dran ich empfehle diesen Film ähm einfach weil der mit künstlicher Intelligenz zu tun hat kurz gesagt es geht darum dass seine künstliche Intelligenz ein Raumschiff übernimmt mit äh drei Personen drauf ähm den kann man sich ansehen nein man sollte ihn sich eigentlich ansehen weil er zu den besten Filmen äh die man so eigentlich haben kann darum ähm meine Empfehlung dazu neben zigtausend anderen Stanley Kubrick Filmen die ich jetzt äh auch nochmal mit empfehlen könnte ähm das lasse ich an dieser Stelle äh außer vielleicht Club World Orange oder The Shining oder ähm Dr. Strange Love ähm ja Full Metal Jacket Full Metal Jacket Eyes Wide Shut äh also ist unglaublich Risseur eigentlich ja der Mann ist er ist grausam gut ja so war leider genau war leider grausam gut also ist nicht mehr als 99 gestorben äh darum gibt es auch entsprechend keine Firma von ihm eigentlich sehr schade ja also damit ähm Odyssee im Weltall äh möchte ich dann an dieser Stelle nochmal empfehlen meine Vermutung ist so wird künstliche Intelligenz nicht sein ähm auch nicht Skynet sondern es wird weiterhin uns brauchen um künstliche Intelligenz zu dem zu machen was es ist ähm Philipp dank dir ganz herzlich für die Aufbereitung von äh dem zweiten Teil war wie ja ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und für die Aufbereitung des ersten Teiles genau ähm ich hoffe dass wir damit ähm euch liebe Hörerinnen und Hörern ein bisschen was bieten konnten mal ähm wieder mit mehr Hintergrund ich hatte sehr viel Spaß mal wieder auch ein Interview zu führen ähm davon wird es von Zeit zu Zeit immer wieder was geben eine Neuerung am Ende ähm wir haben jetzt äh schon mal unsere eigene Domain ihr findet uns jetzt unter nixbesonderes.com ähm derzeit mit einer Weiterleitung auf unseren normalen Blog zu diesem Podcast das wird sich wohl demnächst aber dann nach und nach ändern darum haltet euch auf dem Laufenden und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig als zu erhoffen dass der Süden auch mal ein bisschen Sonne bekommt Philipp nein es regnet ja vielleicht ja aber dann morgen nicht wir zeichnen ja heute auf und morgen hören sie es und vielleicht ich wünsche dir einfach heute für morgen und den Hörern für heute einen schönen und vielleicht sonnigen Tag und ansonsten zumindest einen wunderschönen Sonntag und sage an dieser Stelle auf Wiedersehen dasselbe wünsche von mir auf Wiedersehen auf Wiedersehen auf Wiedersehen Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018